Hallo meine Freunde, Willkommen zum zweiten Teil der ME-System Baufolge. Leider habe ich mal wieder richtig gefehlt, aber ich meine so richtig und zwar habe ich den zweiten Teil der ME-System Baufolge falsch aufgenommen. Also ich habe immer nur die Pausen aufgenommen, da wo ich so langweilige Sachen gemacht habe und das coole Zeug, das habe ich weggelassen. Darum habe ich beschlossen, alles was ich erreicht habe nochmal zurückzusetzen. Ich habe das hier alles in der Diachest gesaved. Ansonsten seht ihr hier auch eine Überraschungskiste. Die werdet ihr so in etwa einer Woche, denke ich mal, wird das Video dann kommen, von dieser Kiste sehen. Was da drin ist, zeige ich noch nicht, aber das wird richtig krank. Und ja, ich habe hier nochmal alles so weit zurückgesetzt, dass wir das hatten, was wir halt so hatten. Ein Charger, Inscriber und ein E-Drive ohne Festplatten. Und das hier, das ist jetzt eh nicht von Belang, das ist nur so ein Crystal Cloak Accelerator, damit man diese Pure Flux Crystals schneller wachsen lassen kann. Und ja, ansonsten müssen wir uns das ein bisschen selber machen. Hier diese Maschine, die beachtet ihr einfach mal gar nicht. Das ist alles komplett belanglos, also müsst ihr nicht beachten. Und dann nehme ich mir hier mal Zertusquartz raus. Ich habe nämlich hier Zertusquartz angepflanzt, zwei Felder mit Zertusquartz, weil wir davon ja immer viel brauchen. Und ja, dann baue ich das hier mal so ein bisschen ab. Und wir machen uns mal unsere Speicherzelle. Ähm, Storage Cell. Genau, und wir machen uns erstmal hier ganz simpel die 1K Storage Cell. Dazu brauchen wir jetzt Gold und die Silikonteile. Ähm, okay, habe ich mir jetzt geholt, ist hier oben in der Ecke. Das heißt, ich brauche jetzt nur nochmal Zertusquartz, nehme ich mir hier so ein bisschen was von. Äh, beziehungsweise, hä, nehme ich mir ein bisschen was von. Das rede ich schon wieder für ein Müll. So. Rein da. Zertusquartz-Tast. Ja, damit. Ach komm, das ist die Kuh, nehme ich mir auch. Kann man sich mal gönnen. Ach so, das war's schon. Okay. So. Ach, Zertusquartz-Tast. Und wie ging das? Ähm. M-E-Termine. 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 Genau. Fluigstast. Diesen hier. Ah ja, genau. Ich muss auch das drüber reißen. Ich hoffe nicht, dass das brennt. Doch, brennt auch. Gut. Dann haben wir jetzt halt ein bisschen was am Windows gemacht. Ist egal. Zack, 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 zack. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt. Den hier. Und dann. Den hier. Und dann. Den hier. Das war. Ach ne. Dunkel. So. Zack. Und dann haben wir jetzt das E-Termine. Das heißt, wir können den mal hier hin platzieren. Wir werden es zur nächsten Folge natürlich auch umbauen. Und. Dann nehme ich mal hier meine beiden Festplatten wieder. Tu die hier rein. Die werden jetzt natürlich schon ziemlich schnell voll sein. Aber egal. Hier sind die Festplatten. Ich tu das ganze Zeug jetzt hier rein. Und damit haben wir jetzt unser funktionierendes M-E-System. Ähm. Das einzige was ich jetzt mal noch machen würde. Ist. Ein Crafting Table hinzufügen. Äh. Denn das ist ja ein M-E-Crafting Terminal. Und. Sollen im Crafting Terminal sein. Und dazu muss ich halt lediglich den Calculation Prozessor machen. Okay. Das ist vielleicht doch nicht so easy. Wohl doch. Komm. Das schaffe ich nicht. Nicht. Schaffe ich nicht. Okay. Naja gut. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also. Wir haben jetzt ein voll funktionssüchtiges M-E-System. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es weiter geht mit dem M-E-System. Speicherplatz erhöhen. Denke ich mal. Also. Bis denne. Ciao, ciao. Quarzglas fehlt. Ähm. Na gut. Mit dem Quarzglas. Das ist jetzt ein. Kleines bisschen. Gefailt. Weil. Das Quarzglas. Noch in einer. So. Also. Ich hoffe. Es war jetzt doch ganz akzeptabel. Und so gemacht. Als würde ich das M-E-System jetzt wirklich. Das erste Mal bauen. Es war halt wirklich so ein Fail. Ich befinde mich etwa eine Woche. Nach der Aufnahme. Und hatte das noch nicht. Äh. Zurecht geschnitten. Damit ich es hochplanen kann. Konvertiert. Und so weiter. Dann füge ich das ein. Und denke so. Hä. Das ist voll komisch. Ich rede nie. Dann fällt mir auf. Dass ich immer nur die Pausen aufgenommen habe. Ich hab praktisch. Am Anfang. Als ich die Aufnahme gestartet habe. Nicht F8 gedrückt. Mit F8 starte ich meine Aufnahme immer. Und als ich dann. Äh. Aufnehmen wollte. Hab ich F8 gedrückt. Und hab somit. Äh. Die Aufnahme gestoppt. Also ich hab immer genau das aufgenommen. Was ich nicht aufnehmen wollte. Darum hoffe ich. Ähm. Das war jetzt authentisch gemacht. Und so weiter. Äh. Ansonsten sollte ja nicht viel dazugekommen sein. Ja. Ein paar kleine Neuerungen habt ihr gesehen. Äh. Was ihr vielleicht nicht hättet sehen sollen. Zum Beispiel meine Herzen. Aber. Ja. Komm. Es ist jetzt nichts Großes. Und in einer Woche seht ihr das eh. Also von daher. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Ciao. Nehme hier unten mal schnell ein bisschen. Sand. Äh. Schmelzchen zu Glas. Und so weiter. Äh. Und so weiter. Schmelzchen zu Glas. Ein. Da. Genau. Und. Tue hier wieder ein paar Zettusquarze. 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 Ein paar Zettusquarze rein. Und. Ich hoffe mal dass das jetzt hier nicht rein. Äh. Mal gemacht wird. So. Und hier drin bleibt. Yes bleibt. Sehr gut. Und. Dann hole ich mir hier hinten aus. Dieser Transfer Node dann. Mein Glas raus. Fried clear glass. Das sieht aber cool aus. Ähm. hoffentlich kann man das damit craften. Äh. 1, 2, 3, 4. Oh. Okay. Kein Problem. Also. Sehr nice. So. 4 Zettusquarze. Und dann. haben wir. Tada. Unsere SN2 Speicherzellen. rein. Da. Rein. Da. Und. Ja. Die werden jetzt natürlich instant befüllt. Mit sehr vielen Items. Von der Kiste da unten. Also. Müssen wir uns mal beeilen. Denn wir brauchen jetzt natürlich noch das Terminal. Terminal. Me Terminal. Hier. Da brauchen wir wieder nen Dodget Prozessor. Das heißt. Verdammt. Ich hätte. Nicht unbedingt. Obwohl. Warte. Ich hab noch Zettusquarz. Also. Ich kann. Nochmal. Ganz schnell. Hier. Ähm. Pfff. Silikon herstellen. Zettusquarz. Anstelle des Sandes. Rein. Sorry. Für. Das. Lash of Grenz. Geräusche. Hintergrund. So. Stell ich mir hier so ein bisschen Silikon her. hier. Ja. Äh. Auf mir das mal gleich rauszuziehen. Das finde ich nicht nett. So. Nochmal rein da. Ich könnte mir auch was da. Nehm. Die Verlockung ist so groß. Ich einfach da raus was zu nehmen. So. Jetzt. Hier. Drei Silikon. Ich mach mir wieder ein bisschen was mehr. Eins. Es gibt eine Sonnenbrille. Cool. So. Drei Stück. Dann brauch ich wieder Gold. Ich geh mal kurz gucken ob da unten wieder Gold ist. Obwohl wartet. Ich nehm mal kurz die Festplatten hier wieder raus. Damit sich unten die Kiste wieder ein bisschen füllt. So. Das heißt hier wieder. Äh. Wo ist es die. Logic. Hier. Logic. Logic Nummer eins. Ach komm ich mach es mal nur ein. Sonst hab ich wieder irgendwas. Falschen. Braucht dann nochmal was. Eins. Zwei. Drei. Genau. Logic. Haben wir da. Dann hier. Brauchen wir das da. Das da. Okay. Ja gut. Das ist jetzt wirklich easy. Ich brauch nur Clawstone für. Clawstone sollte sich. Da unten auch. Sammeln. Hoffentlich. Ja. Tut es. Ist auch Redstone. Es nehme mir was falsch. schon mal wieder mit. Und dann. Haben wir hier. Tada. Nicht. Tada. Ach ja genau. Das Quarzglas fehlt mal wieder. Äh. Dazu tu ich hier wieder den Sand rein. Und. Hier nochmal das. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Zack. 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 Quarzglas. Und. Jetzt haben wir hier. ME. Achja. ME Terminal. Und so weiter. Oh. Ich hab mir halt gleich 2. 6 Stück gemacht. Kein Problem. Ähm. Okay. Man kann auch. Zettusquarz nehmen. Und da brauche ich dann jetzt nochmal den Logic Prozessor zu. Okay. Ich brauche doch 2 Logic Prozessors. Hey. Ich hab genau genug. Ähm. Nochmal alles rausnehmen was geht. Hey. Also langsam. Langsam könnte hier wieder Gold kommen. Ich geh mal kurz das Gold gießen. Hm. Red Storm brauche ich nicht hier. Gold. Gießen. 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 So. Dann sollte gleich wieder Gold kommen. Denn davon brauche ich jetzt halt mal was. So. Sehr schön. Jetzt wenn ich hier runter gucke sollte doch gleich mal wieder Gold drin sein oder? Also komm schon. Yes. Da ist wieder ein bisschen was. Das heißt ich kann jetzt erstmal weitermachen. Ich brauche wieder 2 Logics. Also. Logic hier. 1. 1. Und 2. Perfekt. Und jetzt. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zack. Und zack. Dann haben wir den ersten Complete Logic Prozessor. 2. Dann hier den zweiten Complete Logic Prozessor. Kann ich mich schon mal hierhin stellen. Das weitercraften. Also. Wie war das. Für das erste. Für das linke. Ah. Wir brauchen noch Fluic Stars. Ne. Okay. Das heißt. Ich brauche noch Nether Quartz. Das Problem ist. An Nether Quartz komme ich glaube ich. Wirklich momentan gar nicht dran. Weil es in meinem alten ME drinne. Beziehungsweise. Ja. Alten neuen ME drinne ist. Also. Äh. Ich hole das mal kurz. Wir sehen uns gleich. Okay. Hab ich mir jetzt geholt. Ist hier oben in der Ecke. Das heißt. Ich brauche jetzt nur noch mal. Zettos Quartz Dust. Nehme ich mir hier so ein bisschen was von. Äh. Beziehungsweise. Hä. Nehme ich mir ein bisschen was von. Was rede ich schon wieder für ein Müll. So. Rein da. Zettos Quartz Dust. Ja dann mit. Ach komm. Das sind die Kuh. Nehme ich mir auch. Kann man sich mal gönnen. Achso. Das war es schon. Okay. So. Ach. Zettos Quartz Dust. Und. Wie ging das? Ähm. Ne. 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 Genau. Fluigstust. Diesen hier. Ah ja genau. Ich muss noch das drüber reisen. Ne. 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 Und dann haben wir jetzt das ME-Terminal, das heißt, wir können den mal hier hin platzieren. Wir werden es zur nächsten Folge natürlich auch umbauen. Und dann nehme ich mal hier meine beiden Festplatten wieder, tue die hier rein. Die werden jetzt natürlich schon ziemlich schnell voll sein, aber egal. Hier sind die Festplatten. Ich tue das ganze Zeug jetzt hier rein und damit haben wir jetzt unser funktionierendes ME-System. Das einzige, was ich jetzt mal noch machen würde, ist ein Crafting-Table hinzufügen. Denn das ist ja ein ME-Crafting-Terminal, soll ein ME-Crafting-Terminal sein. Und dazu muss ich halt lediglich den Calculation-Prozessor machen. Okay, das ist vielleicht doch nicht so easy. Wohl doch, komm, das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, okay. Naja gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, wir haben jetzt ein voll funktionssüchtiges ME-System. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem ME-System. Speicherplatz erhöhen, denke ich mal. Also, bis denne. Ciao, ciao. So, also ich hoffe, es war jetzt doch ganz akzeptabel und so gemacht, als würde ich das ME-System jetzt wirklich das erste Mal bauen. Denn es war halt wirklich so ein Fail. Ich befinde mich etwa eine Woche nach der Aufnahme und hatte das noch nicht zurechtgeschnitten, damit ich es hochladen kann, konvertiert und so weiter. Dann füge ich das ein und denke so, hä, das ist voll komisch. Ich rede nie, dann fällt mir auf, dass ich immer nur die Pausen aufgenommen habe. Also, ich habe praktisch am Anfang, als ich die Aufnahme gestartet habe, nicht F8 gedrückt. Mit F8 starte ich meine Aufnahme immer. Und als ich dann aufnehmen wollte, habe ich F8 gedrückt und habe somit die Aufnahme gestoppt. Also, ich habe immer genau das aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Darum hoffe ich, das war jetzt authentisch gemacht und so weiter. Ansonsten sollte ja nicht viel dazugekommen sein. Ja, ein paar kleine Neuerungen habt ihr gesehen, was ihr vielleicht nicht hättet sehen sollen, zum Beispiel meine Herzen. Aber ja, komm, es ist jetzt nichts Großes und in einer Woche seht ihr das eh. Also, von daher sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis denn, ciao, ciao.